Ein wassergekühlter Feuerbus, ein sehr schönes Stück. Ein rotes Auto wie die Feuerwehr Rot. Ein praktischer Wagen von der Atletazenmasse, sehr simpel, innen durch, Schalter, drei Sitze vorne, drei in der Mitte, drei hinten, so ein neun Plötzlich. Ich mag mich erinnern, früher haben wir diese Autos manchmal so zu Schrott gefahren, niemand wollte es mehr. Wir waren froh, wenn du noch ein paar wenige Euros dafür bekommen hast und heute sind die schon echt hoch gehandelt. So, Transporter. Drei, vier, drei. Ich kann es nicht selber. Aber der ist wirklich viel weiter zuständig, ich glaube sogar, das ist die originale Farbe. Witze wohl. Der ist einfach komplett selten geworden. Einfach ein tolles Fahrzeug. Ein praktisches Nutzfahrzeug und heute auch praktisch als Camper einsetzbar.